Da ist es nur einer weiteren Ausgabe, meine Zuschauer. Hallo. Ich bin hier auf der Slendermap. Ja. Oli, hast du jetzt irgendwas ausgemacht? Guck, ich hab Oli mit dabei hier. Ich dachte, ha ha ha. Boah, ich dachte nicht mehr so rumbrümmen. Wer hat das Licht ausgemacht eigentlich gerade? Und außerdem bin ich Inno. Ja, ich war das. Ich bin Detective. Detective, aber ich hab Schaden bekommen. Weil ich da mir ein Ding in den Film gelegt habe. Inno Cent. Oh mein Gott. Oh, Henning, Henning, dreh mal um, dreh mal um. Was? Komm mal, komm mal. Also ich bin jetzt hier mit Dorne, ne? Und ich bin Detective. Ich bin hier mit Nova, was da ist. Und ich bin hier mit Henning und Nova. Da deine Schuss. Nova schießen. Wer ist da? Da ist noch jemand? Stopp. Oh, hier ist Slender, Alter. Asphalt und Dorne. Wer ist noch? Power ist noch hier. Ja, hier ist es. Dorne, aber der ist so Speed oder? Oh! Oli. Oli. Oli oder Max. Alle anderen waren bei dir. Chris. Ich hasse es. Der war, der war, der war. Das hast du alles auch. Komm, ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Oli oder Max. Oli oder Max. Ich bin am Arsch der Welt, hallo. Komm, wir bleiben hier. Ja, ich bleibe nicht mehr, wo ich bin, weil ich mich auf dem Up-Null-Off kenne. Ich auch nicht. Ich kenne mich ja auch nur auf. Ja. Hier kommt Asphalt. Asphalt. Also auf jeden Fall. Henning, ich und Inbos waren hier. Ja. Wir konnten nichts machen. Da sind doch Chris. Ich bin zwei Meter. Dem Loch. Christian. Da Nova. Nova ist es, glaube ich. Oder Chris ist es. Nova, bist du es? Die waren auf jeden Fall nicht hier. Oh, Nova legt eine Granate. Pass auf. Ja, wer schießt auf mich genau? Ich habe Nova erschossen, weil Nova hat eine Granate auf mich geschmissen. Ich habe nur hier. Entschuldigung, Dorne geh her. Ich habe nur noch. Wo seid ihr? Ich rede über die ganze Map, Alter. Irgendjemand hat auf mich geschossen, ich weiß nicht wer. Ja, ich, 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 ich. Ja. Du bist mir aber nur ins Ding reingelaufen, ins Visier. Ja. Weil ich habe gesehen, wie Nova eine Granate geschmissen hat. Das hatte ich nämlich auch gedacht. Da dachte ich, was geht bei ihm. Hier ist Dings. Oh, hier seid ihr. Hallo? Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Hier ist Max, ist hier noch. Ja, geht. Ähm, hast du den schon confirmed? Willst du ihn überhaupt? Wen? Nein. Lol, der da hinten ist es, der da hinten ist es. Der Max? Der, der rechts von mir ist auch einer. Ja, Chris ist es und... Max und Dings rechts sind im Gang. Oh, fuck man. Seid ihr alle tot? N2L. Chris? Was? So, Ronne? Alter, holy shit. Ich... Henning. Ja. Hi, you. Da, wo du nicht bist. Oh, Alter. Ja, die ist voll für Trailer gemacht, Alter. Heftiger Scheiße. Habe ich eigentlich einen mit den Dingens Launcher getötet? Nein, du hast dich nur voll getroffen, damit ich fast gut bin. Der macht nie wie das Licht aus, das ist nervig. Alter, Alter. Ich hab gar nichts gelacht. Ich hab gar nichts gelacht. Ich hab' nichts gelacht. Ich hab' nichts gelacht. Ich hab' nichts gelacht. Ich hab' nichts gelacht. Ja, das ist krass, Alter. Das ist so geil, das ist richtig. Das ist richtig. Nein, nein, die war völlig. Ich bin in Ordnung. Ich bin in Ordnung. Alle kommen jetzt. Am Spawn, wenn ich am Spawn, es ist Traitor. Okay, alle kommen. Alle kommen. Die müssen wir jetzt zurückkommen. Da ich einmal ganz kurz fragen, wie viele Traitor gibt es zwei, ne? Zwei, ja. Ja, zwei. Wir müssen der Spawn. Ah, hier. Okay. Ich zähl' mal ab, also es ist... Dann weißt du, wer dein Partner ist. Nein, zwei, drei. Ich bin ja gar nicht Traitor. Ich frage nur allgemein, damit wir wissen, wie viele hier sind. Alter, wie ist das hier so niedlich, Alter. Alter, weil hier in den Dingens reingeschmissen wurde. Ich hab' gerade das Regal durchgegengezogen. Ich hab' gerade das Regal durchgegengezogen. Ich muss jetzt auf die Smoke abwarten, weil irgendein Idiot da die Smoke gemacht hat. Boah, Leute, hört auf hier jetzt. Entspannt, Leute. Ich schätz' mal, der Traitor hat die Smoke geschmissen. Lol. Wer ist denn jetzt hier? Nicht weglaufen, hier. Hier zwei. Wer ist hier? Geht wieder zurück. Alter. Ja. Da ist Markus. Was ist denn los, Alter? Alter, der ist immer gestorben. Der ist immer gestorben in der Mitte, da vorne. Am Spawn ist immer gestorben. Ich geh' mal konfirmen und schau' jetzt, was für eine Waffe er getötet wurde. Wo steht der? Wo liegt der? Was? Was? Max ist es! Oha! Hä, Max war's? Hä, bei der World? Was geht'n ab hier, Alter? Weck' hier gar nichts mehr. Okay, jemand ist abgehauen. Bei der World heißt's mit'n, 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 mit'n Launcher. In'n'Baus? Okay. Du musst mal hier alle konfirmen kurz? Weil ich bin vorhin auf dem Launcher gestorben, da hieß es auch bei der World. Äh, einer wurde nicht konfirmen. Einer wurde nicht konfirmen. Irgendeiner wurde nicht konfirmen. Vielleicht ich. Hö, he. He.. Okay, Flo ist es erst weggerannt. Ich kann, also wir haben alle confirmed, die jetzt dauern Ja Ja, wo gibt es hier eigentlich irgendwelche Waffen? Ja, keiner findet mich, da wo ich jetzt bin Wir haben einen Radar, du Idiot Oh man Also den ist eh egal, weil ihr müsst uns finden Ich glaube, ich ist halt weg von dir Henning ist auch, Henning ist es Ich bin gar nichts Ich bin Detektiv, also bitte Ja, ich hatte einen Schall drauf 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 Ja, du gehst in einen Raum und da musst du eh drücken, ansonsten rumkassen Ach, du musst in so einen Special Room, oder was? Ja, Flo, du warst so froh Nein, du musst wie alle auf Sporn bleiben, Alter Ja, da hast du eine Lauffeld dann mit dem Rocket Launcher wieder Ja, du stehst so vor mir Ja, ich wusste irgendwie, dass du willst, weil du hast dich immer weit entfernt Ey, ich hab dich nicht gesehen, ich wusste nicht, wo du genau warst Dann hätte ich alle auf Sporn gebraucht, weil du einmal auch vorne warst Und dann bist du wieder ganz schnell nach hinten gegangen, wo ich nach hinten kam Ich hab keine Waffe Und dann warst du wieder ganz schnell Ich bin Innocele 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 Alle im Sporn Ich brauche... Alle zum Sporn, kommt her hier Wer ist hier mit mir bei mir? Max Ich bin hier im Sporn Ich brauche eine Waffe 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 Hat jemand eine Waffe Brauche eine Waffe Oh, ich hab das Scheiße Oh, ich hab das Scheiße Oh, ich war's 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 auch nicht Oh, mein Gott Ich weiß noch nicht mal wo dieser fucking Rube ist, Alter Ich auch nicht Ich weiß eigentlich genau wo der ist Nein, nein mach's Ey, wer ist es? Oli war hinter mir Der war's Der war's Oli war hinter mir Und ich war's nicht Oh, hier läuft Oh, hier läuft Hier läuft Dorne Und ich war's nicht Oh, bist du Ich bin hinter dir Bist du Traitor? Da kommt noch einer, da kommt Max Lass mich nicht Ich bin bei Inno Oder jedenfalls habe ich das Licht nicht ausgemacht Dorne bist du auch Inno Ja, ich bin Inno Wie kann ich dir das glauben? Nein, glaub mir doch Glauben Dorne kann man immer glauben Nja, ich weiß es noch nicht so ganz genau Naja, fast im Westen Was ist das? Oh, wo ist die verkackte Raum, Alter Ich kann mir die laufen, ich bin nicht mehr Wo ist meine Shotgun? Meine Shotgun Mein Lieblings-Ober-Schieß, Nober-Schieß, Nober-Schieß Ich bin's Ich bin's Also alles klar Bist du inno? Bist du inno? Bist du inno? Ja, ich bin inno Gut Hoffe ich für dich Ja, bin ich auch Alter Sag Oli Aua Dorne hat geschossen Dorne hat auf Christian 019 Ja, ich hätte mich jetzt getötet, wenn ich Traitor wäre Du hättest ihn getötet, wenn ich ihn in die Kurve gekommen wäre Voll, 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 voll Riege mich zweimal ab Komm drauf an, was für eine Waffe ist Komm Ähm, kein Plan, warte Das Dorne Traitor ist Ich hab absolut gerade keinen Plan Ja, also Wo ich hier gerade bin Hier liegt ne Leiche Ah, endlich Eine richtige Waffe Ah, ich hab den Stromgast gefunden Mein Güter ist längere Waffe Ich muss nur noch den Weg merken Okay, hier lang Ja, schießt auf mich, genau Check das hier lang Hallo Ja, weil du, weil du Felder bist Ist hier der Spawn? Ist hier der Spawn? Ist hier der Spawn? Wo ist der Spawn? Markus, komm Wo ist der Spawn? Kann ich mir mal sagen, wo der Spawn ist? Du musst mich eh aufheben Hallo Mann Der Spawn ist hier, glaub ich, ne? Heee? Was nützt mir das jetzt? Ja, das ist... Okay, hier ist der Spawn Du hast ne UMP Dann geht mal hier lang Cool Nur die... Ah, Markus, 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 Markus Oh Gott, das ist okay, das Was ist das? Hä? Wer ist das? Hä? Wer ist das? Ah Dann geht man hier lang Dann geht man hier lang Oh, jo, wahrscheinlich, bitte Okay, dann geht man hier lang Und dann geht man hier rein Okay, jetzt weiß ich den Weg bis zum Ding ins Raum Wer ist das? Wer ist das? Ah, Max, okay Alter, 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 Alter Oh, Milch Ja, was steht bei dir? Das ist ne Milch Das ist ne Milch Das ist ne Milch Gut, ja, die steht gut Was ist das? Gut? Ja, ich... Ja, ich bin gut Gut Will man hier Fahrrad fahren? Oder Fahrrad fahren? Fahrrad fahren? Fahrrad fahren Fahrrad... Jetzt lass doch mal die Rostmühle stehen Fahrrad fahren Wollen wir mal der Toilette bitte hier das Licht wieder anmachen? Genau, doch, dann machen wir hier vorne das Licht wieder anmachen Der ist tot Dann ist das Asphalt noch Was? Nein Wer war eigentlich in dein Ding? Bauer, Bauer lebt auch noch Bauer lebt auch noch Bauer lebt auch noch Und Bauer sagt nichts Das heißt, Bauer ist... Ja, ich bin übelst konzentriert Weil ich... Bin hier so angestellt Ah... Ah lol Wer ist das für mich geschossen? Da hat einer geschossen Ja, ich war da... Ja, warum? Na ja, ich kann nicht das Fahrrad abschießen wollen Ja, wo der Scheiße ist denn? Chris commit Chris commit Alle andre bleiben hier Chris commit Ja, okay Renee wenn ich das selber mal wüsste Ich laufe, glaube ich, im Kreis Wart wir suchen dich mal Ich bin bei C3 zu... Keine Ahnung Ah, das Drone . Hakt Licht aus Wo ist da Herr Feuerzeug? Traitor nicht anmachen Mach mal bitte... Das nicht, Hürden Komm mal Mach Licht aus Was? Was ist da?! Ja, der Traitor müsste mit dem Menge in, komm ich bin da, wo es liegt Komm, komm, komm macht ihr hier? komm jetzt Chris Chris ja geh weg wo ist Henning? wo bist du? ich hab abgeballert da ah danke hier ist Asphalt As komm geh ich glaube ich die Chris ist es ich laufe dir einfach so hinterher ich hab keine ahnung wo wir sind ich kenne mich auf der map 0 aus warte mal Asphalt müsste sein weil der gerade Bauer gekillt hat ja klar der hat sich auch vor allem mit dem Donner unterhalten hey endlich Asphalt okay wo ist das ja es ist ja nur noch er übrig ja ja du auch ja ich hätte aber den Detektiv schon lange getötet schon lange ich ja habe ich noch Chris ja ich hab noch Chris von Radar aus dem hab ich voll die voll die Arschlochwaffe Sorry. Komm Asphalt, zeig dich. Ich hab mich nur voller Schrocken. Keine Ahnung. Ich geh auf jeden Fall nirgendwo allein hin. In die Richtung. Ich mag die Karte nicht. Nee. Ihr Scheiße seid, ich bist viel zu groß. Da guck, da guck, da guck, da guck irgendwo rum. Hier war der Gras. Der ist schon over time. Der muss sich langsamer weiter. Nein. Jawoll. Geil, Alter. Boah, hey. Diese Runde, ja sorry. Ich dachte, ich bin so altrocken. Ich steig noch so hoch auf den Tisch, um den mit meinem Kerl angekündigt, weil die andere lausen können. Ich kann mir eine neue Web wählen, weil die ist wirklich schlecht. Ja, ich habe auch mit mit Max. Ich habe mich auch mit Max gegenseitig fast gekillt. Ja, ich habe mich so erschrocken, weil ich was anderes nur noch. Und die Kurve, ich bin um die Kurve rumgelaufen und mit einmal... Wir haben auch geschossen. Wir haben beide geschossen. Ja, ja, ich weiß. Ich muss erst eine Waffe, ich brauche eine Waffe. Okay, alle bleiben hier. Ich gehe jetzt erst mal zum Ding. Und spawnen. Nee, ich gehe jetzt mal zum, 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 mal in die falsche Richtung. Ja, da, wo das nicht ausgeht. Ja. Wo das nicht ausgeht. Wo das nicht ausgeht ist. Ja. Wo geht auch mit dem mit? Los geht, gehen wir mal alle mal dahin. Ich will auch mal wieder hin. Ich gehe nicht mit dem Weg. Ja, ich gehe auch nicht. Ja, ich gehe auch nicht. Ich habe vorhin schon gefragt, wo Dornel das Licht angemacht hat. Wo ist es? Das weiß ich nicht auswendig. Ich habe halt vorhin ausgemacht, wo das Zeichen war. Ich glaube, hier müsste das nicht so sein, oder? Wo ist das? Hier war gerade eine Person. Hier war gerade eine Person. Könnte das das sein? Hey, Leute, 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 komm zurück. Könnte das das? Auf einmal... Das ist hier, oder? Das? Boah, wer... Alter. Hallo. Boah, Leute, entspannen wir mal. Der Bauer war es nicht. Wer lebt noch? Ei, nein, ich lebe noch. Wer ist das? Entweder ist es... Der Hennig, kannst du es denn? Der Stand hinter mir. Äh, Flo... Oder... Olli. Einer von den Beinen. Ich glaube, es war... Anna, Traitor, mal bitte das Licht wieder anmachen. Das war Olli. Enning, guck mal. Was? Enning, komm mal wieder rein. Ja, was denn? Pass auf, schließlich nachher ist Olli. Ja, ja, und jetzt? In der Kunst. Das ist doch... Toll. Ah, ganz ruhig. Mmh, gut. Äh, kann mal der Traitor bitte das Licht wieder anmachen? Ja, Olli, mach mal das Licht wieder an. Geht nicht. Was sagt der? Kann ich jetzt wieder so doof zum Laufen oder so? Hier lang muss ich. Äh, noch hier. Äh, ich will nix. Ich bin grad im Kreis gelaufen. Ah, ist einer gestorben. Oh, Schiffir, Schiffir! Schiffir am Dingenspot, am, am, am. Wo ist Schiffir? Ähm, da, wo das Licht angeht. Hey. Ja, Alter, wo seid ihr denn, Olli? AFK. Merkt das schon. Der bringt mir grad einen um. Ich wollt grad sagen. Alter, ey, das ist so ne... Merk ist kacke. Das ist dem Merk, ey. Da schießt du. Oh, gut. Hallo, Markus. Warum hängst du hier so? Hallo? Ich bin mal rumzuschippingen hier, Alter. Ey, aber wo seid ihr denn? Hallo? Eins ruhig hier. Max, wo bist du? Ja, wo du nicht bist. Boah, wenn ich... Boah, ich muss mich zu beidem machen. Ja, Mann. Ja, Mann. Ich liebe, ich liebe das Radio. Ja, das ist ja gut. Sehr geil. Alter. Weil ich hab ich so zusammenreifen müssen, dass ich nicht in den Nachfragen... Ja, ich wusste, dass du beides machst. Ich hatte so ne ranzige Waffe, ey. Wir mussten beide hintereinander rennen, dann wird ja beide gestoppt. Ich mag die Map überhaupt nicht, Alter. Warum schicht es? Die ist richtig hart in der Map. Aber die Skyser auf der Map ist so OP. Äh, nein, mein nur fliegt da. Du was? Die Skyser auf der Map ist okay. Hätte ich mein Ding jetzt mal mit, Alter. Bist du noch mal, Alter. Kommen alle wieder zurück. Oh. Warum ist meine Waffe hier? Okay, ja, da schießt schon mal jemand da vorne. Ich bin wer da. Alter, ich bin wer da. Ja, Olli ist das. Tötet Olli. Tötet Olli, wenn ihr ihn seht. Was ist der? Ja, ihr dürft ihn töten. Ich wär aber keine Farbe verlieren, wenn der Ende war. Töt ihn. Also, ich bin ein Backriss. Töt ihn. Ey, ja, Alter. Olli, warum hast du geschossen? Maxi Kildur. Oh, wer schießt, wer schießt? Ich. Ja, er ist da. Chris ist es. Ach, ich bin grappig. W discord. Tötet. Er ist jetzt halt was an den Icelandern. Hintell bombardiert. Alle Faktion sind gerade noch in der Gameplay. Alle Faktion sind gerade aber in der Gameplay. das ist meine Waffe wir gehen alle an spawnen einer Zune, der Tee hat und dann ist Jürgen nicht mehr vorbei die hat einen scheiß Radius ich bin... ich bin Inno 12 alle hierbleiben, weg, alle zurück, zurück wer schießt denn hier? ah man, warum schießt ihr denn schon mal? Nadorno, warum willst du zum Schaltkasten laufen? ich bin Inno ich bin Inno wo ist denn... ich finde den immer nicht wir alle sind Inno Christian ist bei mir so, Licht ist an Klass ist bei mir, Bauer ist bei mir ist noch an ja ich bin Inno Inno, Inno, Inno wir sind gerade beim Schaltkasten, falls Oli und Max sind hier ja ich darf ja sein, wir können alle weggehen wieder und 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 Chris und der andere Chris oh man und Henning ist es ich bin jetzt gar ja du gingst rein und das Licht geht aus das ist sicher ich hab noch nicht mal irgendwas gedruckt gemacht Oli 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 ist es dass ich Traitor war, ja ich hab mich gedruckt mein Alter ich konnte mich denn nicht bewegen ich bin auch Tisch hängen geblieben wie lange gehen das hier bitte noch eine Runde ja meine Aufnahme geht auch schon 15 Minuten meine geht schon eine Stunde 20 Minuten ja ich hab ja eine unterbrochen da noch ja ich auch bin ich schon so lange, what the fuck ja ja die Map bei der Map ok Traitor nein Innocent ich bin ein Simong Tjoflern Innocent Alter 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 jetzt ist aber nicht der nein ist es nein warte Moment nein bin ich gar nicht ich bin alleine in diesem Raum und dieses Licht geht alleine aus nein ich hab dich gesehen ich bin hinter dir her gelaufen ich hab gar nichts gemacht Alter jetzt weiß ich auch schon, wo die zu raus ist hier ist äh ich hab mir nee wer ist das hier ich hab mich ich hab mich ausgetötet der hat das Licht ausgemacht ja also ich bin Inno guck mal was gibt's dann abzuschrollen jeder der auf dem Schuss ist Traitor ich hab mich nicht wechsel ich hab mich jetzt gekillt ne wo finde ich diesen Raum ich will auch mal in diesen Raum Hallo sagen Ah zack ich bin hier mit Nova wenn ich so bin du 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 äh nicht tot was ist eigentlich eine Waffe ah scheiß Waffe wo seid ihr denn alle Jungs ich bin in einem Raum ich bin im Raum also ich bin in dem Schallkastenraum ich hab' am geballert ja wenn ich den mal finden würde Wir schießen, Leute. Tot, tot, tot. Warum schießt der, Alter? Oh, er war Inno. Ein Traitor ist schon tot. Das war ein Baus Traitor? Ja. Echt? Liegt hier, okay. Ich bin Inno. Sicher? Ja, sicher. 100%ig. Wer ist hier? Jo, der Bauer. Dorne? Jo. Bist du Traitor? Nein. Kannst du mal bitte das Licht wieder anmachen? Geht nicht. Weiß nicht. Bist du Traitor? Nee, ich bin Detektiv. Wer lebt denn alles noch? Sind die anderen alle tot? Nee. Hier ist Oli. Wo? Hier. Der ist hier gelegen. Bin von der anderen Seite gekommen. Einen hier. Ah, da. Ich bin von der Open. Ja, ja. Drei. Dorne Traitor. Dorne Traitor. Und der trifft einfach nicht. So gut wie ich. So gut wie ich, dass ich den Treffer, Alter. Nein. Oh, scheiße. Bist du tot? Oh, scheiße. Oh. Ein übelst geleckt, Mann. Ah, ja. Lass aber gerade, Kalei. Oh, Tori. Hehehe Wo bin ich? Dorn? Dorn? Der Traitor darf das Licht wieder anmachen. Er würde gerne in diesem Rockenfall stehen und die Kinder aufhaben, wie von der Tierbefall. Er hat den Thema der Tier, was er damit weiß. Es wird so gut. 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 Okay, okay, okay. Jawoll. Ich habe ohne Scheiße Sicht nicht ausgemacht. Ja, das reicht. Aber man kann das gar nicht wieder anschalten. Es geht einfach aus der Art und Weise. Dann kann man das von weiter hinten anmachen. Tino! Tino! Ja, das ist schon. Ja, das ist schon. Ja, das ist schon. Ja, das ist schon.